Hallo, mein Name ist Luca, meine lieben Freunde, ich darf euch heute recht herzlich willkommen heißen zu einer erneuten Nicht-Lachen-Challenge. Schön. Geht ihr mal ein bisschen zur Seite, mal bitte, da mal. Ey, das ist Hamburg. Ja, wir drehen hier, Mensch. Geht mal zur Seite. Das war früher das Hotel Hacker. Das ging die Treppe hier hoch. Das ging die Treppe, das ging die Treppe... Das ging die Treppe hier hoch. Danach fing die ganze Haare an. So, komm weiter hier. Wir dürfen mal einmal hier hin. Wir drehen nämlich gerade hier. So, ja, zwei Minuten, dürfen wir noch mal... Weißt du, wo das ist? Äh, äh... Juckt mich nicht. Boah, ich war... Hat es Blöcklerplatz, oder irgendwie so hieß der? Sehr großes Publikum, immer ausgerkauft. Hallo, meine Damen. Dürfen wir mal hier? Hallo, hallo. Könnt ihr mal klein bisschen zur Seite gehen, ja? Ja, ja, weil wir hier drehen ein bisschen, ne? Ey, wie heißt das? Versuch nicht zu lachen, ne? Ich würd das richtig gern gucken. Ich würd das richtig funny, Alter. Blöken könnt ihr zu Hause. So, dankeschön. Jetzt könnt ihr weitermachen. Inkasso, Henry. Ey, findest du das alles nicht witzig? Ey, ich find das todes funny. Das ist genau mein dummer Humor. So, da sitzt du hier und pinkelt noch vom Dings Shiva an hier. Real Madrid? Not play good tomorrow. 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 Not run. Not run. 2-0. What's this man? I think. I think. Real Madrid. 6-0 win. And then I see. I'm. What? Karim Benzema. Benzema? You like Benzema? Hey, und FIFA, he makes the best Flanke. Hahaha. 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 Ey. Ich schwöre sowas. Mit sowas kriegst du mich immer, ne? LOL. Hä, wo ist denn der Typ der fährt? Was zum F*** ist das? Hä? Hä? Oh mein Gott. Alter. Ich hab mich voll, weil ich mich erschrocken hab. Oh, Minecraft Musik. Hahaha. Ey, waren wir in Hamburg zusammen in diesem Restaurant, da am Chapeau oder so, wo das hieß, wo dieses Desinfektionsgill sich so angehörte wie so ein Furz? Ne. Äh. Das kam so raus, man hat so drauf gedrückt und es war nicht so, dass das rauskam, sondern so. Ne. Ich find seine Beschreibung auch stark. Versuche nicht zu lachen. Versuche nicht zu lachen. Versuche nicht zu lachen. Kartoffelpuffer. Versuche nicht zu lachen. TikTok. Versuche nicht zu lachen. Monte. Versuche nicht zu lachen. Katzen. Extrem schwer. Marki. Versuche nicht zu lachen. Versuche nicht zu lachen. Deutsche Memes. Eine Stunde später. Nicht lachen Challenge Luca. Nicht lachen mit Sandra. Steht das? No. Nicht lachen mit Sandra. Nicht lachen Challenge mit Luca. Nicht lachen Luca und Sandra. Junge, der Wichser. Nicht lachen Luca. Deutsche Memes. Hä? Boah, das bin so ich, ne? Würde ich fühlen. Das haben wir auch damals mal so gemacht mit Mario Kart. Can I get an Aua Aua? Ey, das worüber ich am meisten gelacht habe, sind Desinfektionsspender in diesem Video. Guten Morgen Chef. Boah, guck mal wie schön. Du bist Beste Chef. Aber heute kann ich nicht Arbeit kommen. Weil da ist diese Weiße von oben. Das ist jetzt hier auf dem Boden. Da kannst du nicht Sim fahren. Deswegen heute besser nicht. Alter, wie viele? Da mitdancen. Ah, ich kenn das. Guck mal. Das kenn ich schon. Das kenn ich schon. Hast du schon mal einen Alkoholtest? Ja. Ich habe sowas noch nie gemacht. Noch nie gepustet. Gar nichts gemacht. Warst du schon mal im Krankenhaus wegen Alkohol? Nee. Auch nicht? Nee. Aber du hast ein paar andere ins Krankenhaus befördert wegen Alkohol, ne? Oh nein. Oh mein Gott. Krise. Ich spüre den Schmerz, weil ich mir gerade ein neues Handy gekauft habe. Ich auch. Welches hast du? iPhone 13. Ich habe Nokia 6300. Und I wonder. Warum? 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 Haben die Teppichboden im Raum? Boah, keine Ahnung. Voll bekleben, ja. Ja. LOL. Was? Hat der für sich selbst geklatscht? Ja. Oh mein Gott. Laber doch keinen Scheiß. Der hat eine Rückwärtssalto gemacht und erst mal Rückwärtssalto und dann auch selbst geklatscht. Jetzt. Ja, wie geil. Wollen wir uns einen Hamster kaufen? Nein. Liebt Shiva Schnee? Nein. Oder doch? Ich weiß es nicht. Count of three. Oh. 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 Tickhoulti heißt auch, dass man offen ist für die Bräuche und die Kultur anderer Länder. oh. Oh. ... alle nach dem Essen in einem griechischen Restaurant umsonst bekommen. Durchfall. Shot eigentlich, ne? Nee, die trinken doch immer Tzatziki oder was trinken die danach? Boah, was denken die sich dann auch? Das sind Russen. Was denken die sich dann auch, dass sie da hingehen? Alles geil. Dann noch ein bisschen von Basiliakum rein. Oh, Basiliakum, geil. Oder brauchst du vielleicht doch irgendwie ein bisschen Parapika oder hier ein bisschen Origanano. Sonst hab ich auch noch ein bisschen Nukleabuch dabei. Ich schwör, ich liebe diesen YouTube-Kanal. Wie sahen die aus? Können sie noch beschreiben, was die anhatten? Ich sch*** auf die, was ich finde. Ich f*** bleib bis zu Ende. Ja, das ist aber keine Person-Beschreibung. Ich sch*** auf die, na. Gut, also keine Person-Beschreibung. Ich promise Gott, hier sind voll die hübschen Mädchen und alles, aber Leonie, du weißt Bescheid, du bist immer noch die Hübscheste. Man kann sich nicht ersetzen. Zwei, drei. Ich würde es aber auch richtig gerne machen jetzt. Es war doch schon wieder so klar. Die reden ja wirklich so, ne? Nein. Doch, doch. Was ist das? Leguaner reden Deutsch. Nein. An der Stelle würden wir die heutige Nicht-Lachen-Challenge allerdings auch beenden, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da. Abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt. Sandra, ist vielleicht ein neuer Podcast online gegangen? Ja, es ist eine neue Podcast-Folge online gegangen. Ja. Nee, ist gar nicht. Nee. Au! 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 Au!